Ich glaube, der Sturm hat alles zerstört. Niemand ist da. Wir waren natürlich. Ich habe ein Teil der St Legislierung. Farkli aus Nibhahana, Turfler. Ja. Cute. Oh mein Gott, Festivalsereignis. Die haben das geändert, ein Talentwettbewerb. Schneefest Hühner kaufen So, wir brauchen einen Hahn Und so Plitzblank Kartoffel Das können wir nicht einpflanzen Hallihallo, Madame Starbitten Pflanzen, Pflanzen Und ich habe hier neue Sachen Oh please, hör auf rumzuhängen Von Paranormal Blablabla Oh cool Voll süß Oh, das ist aber ein süßer Tisch Was ist das? Zauberhaftes Buchoregal Sideboard Kleiner Kamin Glücksbringer Viele Sofas und so Voll schnieke Cool, cool Cool Was auch immer Eins schöne Pflanze Das Haus ist einfach mega schön geworden Kannst du nicht schlafen, mein Baby? Geh mal aufs Töpfchen Sie macht jetzt einen Zauber Cool Wissen ist Magie Dieser Sim liest und forst schneller am Computer Außerdem erhöht sich durch diese Interaktion das magische Wissen Zaubertränke werden viel schneller zubereitet Dieses Sim kann jetzt entlagen werden, um die Zauberladung zu leeren Das ist ganz gut Glaub, es hackt Schlägt dir einfach mal Okay Riesenwassermelone Genau, nur im Gartenbeet Die Pflege, die du dir aufzuhlst Schlägt sich auf das Gewicht und die Qualität der Wassermelone aus Gartenverschiedene Düngermittel Aha Oder als Belohnung für Henford Ausgeführte Boten Erhalten kannst Wenn du deine Kochfähigkeit Kannst du die Wassermelone reinmachen Und die Anmachgläser für bestimmte Rezepte verwenden Du kannst die Wassermelone auch am Wettbewerbsstand einrechnen Tolle Preise gewinnen Wie schön, die so beim Essen zusammensitzen Die ganze Familie Garten... äh... nein Wir gehen... Zauberallee Als erstes Hey, hey Sul-Sul Tee-Beeel Dabishi-Sleckum Yee-Beeel Okay, so, wir können hier Sachen kaufen. Das sind einfach Geister. So, gucken wir mal. Fee, antiker Holzstab. Bücher, natürlicher Zauberstab, Tikaholzstab. Kretia und, ähm, Athena. Hopsala. Da ist er. Süss. Als bevorzugten Stab. So, Favorit. Wesen und Kristalle, Zaubertrankzutaten. Ja. Magischer Mob. Raketenwesen. Neun. Apfel, Drachenfrucht. Kartoffel. Keine Ahnung, was das ist. Werden... Aldermanfitte zurückgesetzt. Zaunium. Hast du Nähe? Ja. So. Dann mal zurück. Und dann gehen wir im Duellgelände. Dafür sind wir noch nicht stark genug. Und dann gibt's irgendwo die Gärten. Wo wir auch noch ein paar Sachen holen können. Was auch perfekt ist für unser Garten. Baldrian. Was haben wir da? Frösche. Alraune. Kartoffeln. Ernte mal alles. Oh, eine Schlange. Cool. Kirsche. Apfelbaum. Zitronenbaum. Rubin. Okay. Dann können wir ja wieder zurück. Und gucken hier mal. Aber ich würde sagen... Wir gehen wieder nach Hause. Zauberpuppe. Dieser Begleiter ist zwar eher mysteriös und still, aber du wirst dich selbst dabei erwischen, wie die ihm zuflüstert. Ob das Drachen? Flatterhase. Also diese Zauberpuppe hört sich interessant an. Holzstab. Das ist ja süß. Alabasterdiamant. Das ist ja cool. An sich bilden. Rocky. Warum auch immer. Schwarm einsammeln. Keine Ahnung, was das bedeutet. Haben wir jetzt Honig? Bienenschwarm. Umwerben. Umwerben. Sich selbst mit Bienen aufschicken. Hallöchen. Wir würden uns freuen, wenn du uns wieder einmal im Hanford besuchst. Ich komme gerne. Bitte was? Leute, es ist wieder meine Kamera. Ist wieder leer. Tut mir echt leid. Da seht ihr meine Fresse nicht. Wisst ihr, die Kamera, die schmiert immer ab, weil ich so lange spiele, dass mein Handy einfach ausgeht. Rührei. Oh mein Gott. Nein, der heißt bitte Thomas. Thomas ist unser Hahn. Thomas. Elise. Männliches Küken. Ist Franz. Weibliches Küken. Federvieh. Ist die Anna. Männlich. Fridolin. Oh, das stinkt. Okay. So. Stall säubern. Eier einsammeln. Können wir sie melken? Nope. Zubereitung am Kühlschrank. Zubereitung am Kühlschrank. Wir machen das jetzt mal. Kochen. Freundschaftsleckerchen. Walter der Weiße. Wäre ein guter Name für ein Lama, findest du nicht? Schere ein weißes Lama. Reduziert die Kosten bestimmt ab heute. Kann das nicht mehr. Kreaturenhüter im Bramblewood. Kreaturenhüter Bramblewood. Wir gehen mal und gucken, was das ist. Bramblewood. Kreaturenhüter. Wo ist denn der? Kreaturenhüter. Gucken wir mal.